Ahoi Matrosen! Mein Name ist Alexander Wiss. Herzlich Willkommen zu meinem Channel Captain AlexStars94 Ich freue mich, dass ihr angestellt habt und ja heute mal ein Update Video Falls ihr es noch nicht wusstet, in der Blind Reaction habe ich ja schon viele Aufrufe gesammelt Das ist schon mal sehr sehr gut und ich werde nochmal einen kleinen extra aufpushen Und zwar werde ich in der nächsten Woche mal eine primäre Blind Reaktion machen Und zwar exklusives und ihr könnt gerne mal chatten während ich Blind Reaktion mache Und ja ihr könnt chatten und ich suche eine bestimmte Person, die für mich mordet Um ohne jeglichen Hasskommentare zu schreiben und wie gesagt Das wird bestimmt eine sehr sehr geile Überraschung werden und ja Ich hoffe dieses Update Video wird euch bestimmt definitiv überraschen und ja Also Leute, Nächsten Morgen wird es ja eine Reaktion Video stattfinden Und wenn es für euch interessiert, lasst mich gerne wissen in die Kommentare Und ja, das war es erstmal für dieses Info-Update Ich hoffe es hat euch bestimmt gefallen Und ja, wenn ihr gerade eine neue Seite in meinem Channel Abonniere meinen Channel right away Es ist absolut kostenlos für euch Und like das Video, like das Video wenn es für euch gefallen hat Und vergesst nicht auch die neue Vacationer zu schreiben Und sei der Part, sei der Part des Captain Squad Und ja, wir sehen uns bestimmt in dem nächsten Video wieder Ich hoffe es hat euch das Update Video schon mal gefallen Und ja, wir sehen uns bestimmt in dem nächsten Video wieder Bis dann und AHOI